Das ist immer möglich. Ihre Einladung, bitte, die Damen. Sicher. Alles in Ordnung? Keine Sorge, das ist alles Routine. Einen wunderschönen Abend. Ah, Wendy O. Williams. Das krasseste Rockergirl aller Zeiten. Hat sich umgebracht, als ich neun war. Wenn sie jetzt hier will, würde sie die Bühne abfackeln und alles in die Luft jagen. Und das sagst du mir, weil... Ich würde auf jede Party verzichten, auf der ich je war, nur um sie einmal live zu erleben. Deshalb. Und jetzt lass uns von hier verschwinden, solange es noch geht. Ich würde die Bühne geben, dass die Bühne gleich wegführt. Mir geht nicht aus dem Kopf, was der Sack gesagt hat. Man muss ich in Ordnung sagen, dass die Bühne besser hatte. Das ist der Sack. Songbird ist eine wandelnde Atombombe. Und Hansen hält sie an der kurzen Leine. Er kann sie einsetzen, wann und wie er will. Hör zu, wie. Wir müssen sie hier rausholen. Für das Wohl aller. Der Kerl weiß über Mayers Sünden Bescheid. Kommt bestimmt nicht so weit. Aber wenn die Leute erfahren, dass die NUSA-Präsidentin internationale Gesetze zur Cyberspace-Nutzung gebrochen hat... ...sind die NUSA im Arsch. Entweder hält Mayers den Kopf hin und lässt sich mit der Sache begraben. Oder sie widersetzt sich und löst den nächsten Krieg aus. Scheiße. Mann, wäre auch zu schön, wenn eine Mission einmal nach Plan laufen würde. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Ein sehr mieses. Du und dein Schum hier solltet euch jetzt lieber beide verpissen. Immer geradeaus. Wir bringen euch raus. Komm schon, Vi. Kein Grund zu trödeln. Meinst du, du kannst mich hier herumkommandieren? Verpiss dich, du Pisser. Äh, ich meine... Bitte gehen Sie zum Ausgang. Zeit abzuhauen. Jetzt lauf! Wir werden angeschlossen. Wir haben Gesellschaft. Da am Haupttor. Wunder mit dir, Vi. Wunder. 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 Deine gehackten Geschütztürme helfen uns. Alle, was wir aufs Ziel retten! Was ist da etwas für dich? Was ist da etwas für dich? Was ist da etwas für dich? Oh Gott, verdammt! Bin getroffen! Deckt mich! Was? Du hast... Ah! ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Komm raus. Wir können reden. Ehrlich. Krasse Scheiße. Yeah! Das ist jetzt abgefuckt. Strenge dich etwas mehr an. Das sieht nicht gut aus. Wir trennen uns. Bleiben aber in Kontakt. Ich melde mich. Atom, ein allergender von Dogtown. Krasse Scheiße hier. Wir haben wichtige Gäste in Dogtown, die ich persönlich eingeladen habe. Geh ihnen auf den Weg. Sie werden im Flächen der Feier in den Fang genommen. Teilnahme nur auf Einladung. Keine Einladung. Verweilung des Anstands. Sagt, wir sind immer gut geäußert. Ende der Weggeistung. Fettkontakt. Eröffne den Feuertag. Ach. 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 Zu mir! Was weiter tun? Ich bin unter freiem Himmel, aber werde verfolgt. Bin auch überm Berg. Bis bald. Und passe auf dich auf. Komm raus, wo immer du auch bist. Wie, dein Status? Alles okay? Alex meinte, du hast die Runner allein gescannt. Hanson kam vorbei. Wir haben uns unterhalten. Hat gesagt, wenn Myers sich nicht zurückhält, erfährt die Welt des Songbird hinter der Blackwall wahr. Er weiß, wie wichtig sie für die Präsidentin ist. Als persönliche Massenvernichtungswaffe? Ja, wir müssen sie hier rausholen, Reed. Hatte ich befürchtet. Okay, wie. Alex und ich haben zu tun. Wir müssen die Daten von Songbird analysieren. Dauert ein, zwei Tage. Okay, ihr meldet euch dann? Ja. Wir denken uns was aus und melden uns, sobald es geht. Oh, und wie. Super Arbeit. Was ist es? Er muss uns aus und es geht, top. Oh, das ist passiert. Vielen Dank.